Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe die Sommermonate sehr. Ich bevorzuge die Wintersaison. Ist der Name ihres Bruders Michael? Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Wie ist er? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Wie war gestern das Wetter? Wie war gestern das Wetter? Das Wetter war gestern sehr schön. Das Wetter war gestern sehr schön. Gestern war es sehr regnerisch. Gestern war es sehr regnerisch. Wie viele Stunden hast du gelernt? Wie viele Stunden hast du gelernt? Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin ein Student. Ich bin ein Student. Mein Lehrer. Mein Lehrer. Ich bin ein Computeringenieur. Ich bin ein Computeringenieur. Ich bin ein Computeringenieur. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Liediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Liediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Wie lange bleibt es geöffnet? Geöffnet bis 18 Uhr. Geöffnet bis 18 Uhr. Geöffnet bis 7 Uhr. Geöffnet bis 7 Uhr. Was hast du heute auf der Straße gesehen? Straßenkünstler interessieren mich immer. Straßenkünstler interessieren mich immer. Alle meine Freunde spielten Basketball Alle meine Freunde spielten Basketball Wann können sie das tun? Wann können sie das tun? Ich kann es so schnell wie möglich tun. Ich kann es so schnell wie möglich tun. Ich kann in drei Wochen anfangen. Was tun in Zeiten der Schulden? Ich studiere. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Kannst du mir etwas Geld leihen? Kannst du mir etwas Geld leihen? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Natürlich. Wie viel wird benötigt? Natürlich. Wie viel wird benötigt? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Ja. Ich werde pünktlich im Büro sein. Ja. Ich werde pünktlich im Büro sein. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Ich komme zehn Minuten zu spät. Ich komme zehn Minuten zu spät. Mit wem haben Sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Mit wem haben Sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Gibt es zu diesem Thema viele Vorurteile? Gibt es zu diesem Thema viele Vorurteile? Ja. Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Ja. Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Kann ich eine Tasse Tee haben? Kann ich eine Tasse Tee haben? Können wir drei Tassen Tee haben? Können wir drei Tassen Tee haben? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Ich werde heute nicht gehen. Ich werde heute nicht gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pasta sehr. Ich liebe Pasta sehr. Ich mag Fast Food. Ich mag Fast Food. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Leider ist dieser bereits verkauft. Leider ist dieser bereits verkauft. Gibt es genügend Sitzplätze in der Cafeteria? Gibt es genügend Sitzplätze in der Cafeteria? Normalerweise haben wir genügend Sitzplätze. Normalerweise haben wir genügend Sitzplätze. Sitzbereiche sind oft voll. Sitzbereiche sind oft voll. Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben Sie in Ihrer Tasche? Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Das Konzert verlief sehr gut. Das Konzert verlief sehr gut. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Nein, ich bin Single. Nein, ich bin Single. Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Ich mache es zu Hause. Ich mache es zu Hause. Normalerweise frühstücke ich nicht. Normalerweise frühstücke ich nicht. Gibt es in der Cafeteria täglich Sonderangebote? Gibt es in der Cafeteria täglich Sonderangebote? Wir bieten täglich verschiedene Sonderangebote an. Wir bieten täglich verschiedene Sonderangebote an. Wir haben ein festes Menü, keine Sonderangebote. Wir haben ein festes Menü, keine Sonderangebote. Wie lange wirst du arbeiten? Wie lange wirst du arbeiten? Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich liebe Fruchtsäfte. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Kaltes Wetter Kaltes Wetter Das Wetter ist regnerisch. Das Wetter ist regnerisch. Es ist windig. Es ist windig. Magst du sie? Magst du sie? Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause. Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es ist ein sehr überfüllter Ort. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es ist ein sehr überfüllter Ort. Bietet die Cafeteria wochentags Mittagessen an? Bietet die Cafeteria wochentags Mittagessen an? Ja, an Wochentagen bieten wir einen Mittagsservice an. Ja, an Wochentagen bieten wir einen Mittagsservice an. Mittagessen gibt es nur am Wochenende. Mittagessen gibt es nur am Wochenende. Hält die Cafeteria die Hygienevorschriften ein? Hält die Cafeteria die Hygienevorschriften ein? Ja, wir halten uns an die Hygieneregeln. Ja, wir halten uns an die Hygieneregeln. Es gibt ein Problem mit der Hygiene. Es gibt ein Problem mit der Hygiene. Hast du Schuhe gekauft? Hast du Schuhe gekauft? Ich habe ein paar Turnschuhe gekauft. Ich habe ein paar Turnschuhe gekauft. Ich habe keine anderen Schuhe gekauft. Ich habe keine anderen Schuhe gekauft. Warst du schon mal in Amerika? Warst du schon mal in Amerika? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Wird das Projekt abgeschlossen? Wird das Projekt abgeschlossen? Es gibt viele Probleme. Ich glaube nicht, dass es enden wird. Es gibt viele Probleme. Ich glaube nicht, dass es enden wird. Es wird bald vorbei sein. Es wird bald vorbei sein. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Wirst du Matheunterricht nehmen? Wirst du Matheunterricht nehmen? Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Du siehst sehr schön aus. Du siehst sehr schön aus. Möchten sie Äpfel kaufen? Möchten sie Äpfel kaufen? Ja, kannst du mir drei Kilo geben? Ja, kannst du mir drei Kilo geben? Nein, ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Nein, ich möchte keine Äpfel. Ich möchte Birnen kaufen. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ist die Cafeteria sauber? Ist die Cafeteria sauber? Ja, die Cafeteria ist immer sauber und ordentlich. Leider gibt es ein Problem mit der Reinigung. Leider gibt es ein Problem mit der Reinigung. Wie werden sie diese Situation lösen? Wie werden sie diese Situation lösen? Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach ist Mathematik. Lieblingsfach ist Mathematik. Mein Lieblingsfach ist Wissenschaft. Mein Lieblingsfach ist Wissenschaft. Was war das Thema des Treffens, das sie im Büro abgehalten haben? Was war das Thema des Treffens, das sie im Büro abgehalten haben? Es ging um die heute einigen Gene-Kunden-Beschwerde. Es ging um die heute einigen Gene-Kunden-Beschwerde. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Er war immer Housing. Vielen Dank.